Wahrheit verehren, Wissen vermehren, Unrecht verdammt. Ich durfte die Hauptrolle interpretieren, die Rolle des jungen Physikprofessors Arolat. Er ist ein Idealist, ein Weltverbesserer, geht manchmal an die Sachen ein bisschen naiv ran, aber trägt das Herz am rechten Pflicht. Jetzt glaubt mir, ich werde tausend Leben retten. Ich bin am Part. Irrelevant. Irrelevant tun sie ihre Pflicht. Arna kann aber einem Streit nicht entgehen und dieser Streit, der bringt das Unheil und die Geschichte eigentlich erst richtig zum Rollen. Ein Highlight für mich in der Interpretation der Rolle war der Song Vater. Er war für mich als Interpret in allen Belangen emotional, aber auch musikalisch eine sehr große Herausforderung und wirklich ein wunderbares Werk zu interpretieren. Dein Vater bleibt unter deinem Stein, wagt dich nie mehr hervor, die Welt erhört und abgibt mein Vater. Eine andere Geschichte ist noch die Beziehung zu seiner Frau Cecile. Sie verlieren sich. Die Wand vor mir ist unsichtbar, doch höher als sie gestern war, ich versäume deine Liebe. Die Wand vor mir nicht mehr. Die Wand vor mir ist alsof mountains Sabrina so warm dieser Stadt und Volks90 alors die Sp Celebration im Giust! twenty two Sh Pamela eine andere Geschichte ist nueve so weit über DAS Wir sind als Er็רת haben sie so weit hervor, wir sind so weit, Aber